auf mich dürften ja nicht aggro sein, die gehen auf einmal auf mich los ja also hier ist ne dreierquelle und hier ist auch direkt das portal, wenn du schnell genüttelst die werden dadurch nicht aggro oder doch? ne ok ich würd's lassen jetzt sollte ich nur dran denken, wenn ich das nächste mal durchs portal laufe, dass ich angegriffen werde ja ok solarenergie haben wir du hast nicht nach oben geknickt, ne? was hab ich nicht? ne ok ich musste noch was verschönern, du darfst nicht nach oben gucken, also nicht aufs dach hab ich das zufällig noch? ne hast du zufällig, ähm, ein, ja, dingens dingens, dingens hab ich viel, ja ja hast du kobalt, so ich habe richtig richtig viel zeugs, aber jetzt kann ich die treppe wieder nicht hochlaufen ich auch nicht eventuell mach ich das leer, hier ist zwar ein bisschen was drin aber du fängig im aluminium press, ne? theoretisch bräuchte ich ne barrenform eigentlich weißt du was ich eben mach? ich möchte das wieder machen, oh da ist ein grüner zombie wie der stufen hochgehen kann das sollte ich vielleicht auch machen ähm, sollen wir in schlafen gehen? kann ich machen und ich kann immer noch keine stufen hochgehen oh doch kann ich ich liege oh warte, ich muss eben mein Bettchen rissen so, ich liege auch und ich brauche jetzt was zu trinken so, ich habe jetzt zwei Barren Alumite ok ähm, Robin, willst du vielleicht mal dir das Kunstwerk ansehen? welches Kunstwerk denn? ähm ich möchte mir ein Kunstwerk ansehen bist du dir da sicher? weißt du es nicht? ja, ich kann Obsidianen ingots machen wie lustig was möchte ich mir da angucken auf dem Dach? muss ich dazu die Leiter hoch? oder draußen gucken? ok, also nichts von beiden du musst, äh, einen Tonnen nach oben gucken von draußen von draußen von draußen, ja kann man damit irgendwie Dingsbums farmen? also, die also der Baum, der gibt die ganz normalen grünen Schleimbölle das ist gut, weil die brauchen wir irgendwie ja, und da ist ein Agro Enderman, der klaut was? also, der klaut Blöcke was? auf der Wüste klaut der Sand was? stell dir mal vor die könnten alles klauen wieder wie früher als sie implementiert wurden ne sachen wie Goldblöcke das können die nicht mehr mitnehmen ja, jetzt wüsste ich gerne wo der ist weil der war fast tot ist irgendwo in der Erde brauchen wir Obsidian Ingots? oder soll ich die verwurrstellen? ach mach was du willst damit ähm achja, ich hab ein paar Dias gedoppelt, ne? ja, seh ich gerade kannst du gar nicht sehen doch, hier sind Diamanten hier sind die ja noch einprogrammiert achso, weil ich hab die in meinem äh äh ich hab grad ein Stack Yellow Rue reingetan und 32 Diamanten gemacht ja ich bin reich ja, weißt du wieviel ich hab? ein Stack ja, guck, guck ja, gut jetzt haben wir ein Stack Dias ja da kann man ja doch mal so einen EMC-Collector bauen warte, ich mach mal einen ganz schnell in der Hoffnung, dass das nicht so lange dauert hä? ach der heißt Energy Collector, ne? Energy Collector MK1 Glas, Ofen und drei Glowstones äh, sechs Glowstones das mach ich mal eben hä? ach so ähm, ein Diablog noch soll ich den Diablog machen? ja mir fehlt Glowstones, aber ich hab noch was im Becken, ne? ja, hier ist aber auch noch was drin so, ich hab Glowstones schon mal jetzt mach ich einen Ofen und jetzt fehlt mir nur noch ein Glasblock habe ich noch okay ein, ein Glas ein Glasblock, ja und der Diablog in die Mitte haha ah doch Sonne lol, aber ich brauchte den gucken wir mal ey, was ist das, was ihr gebaut habt? der hat Sonnenlicht warte mal die Frage ist, sammelt der jetzt? kann man ihn abbauen? bitte sag mal, man kann ihn abbauen ja ich stell ihn mal irgendwo hin zum gucken ja, der sammelt funktioniert der exportiert das direkt in die Maschine deswegen sieht das so aus kann ich den auch einmal sammeln? oh, man muss den bauen ja, wir brauchen eh mehrere später theoretisch kann man ja noch einen zweiten machen darf ich den bauen? ja, hier ja, also ihr könnt den ins Sonnenlicht stellen dann produziert der Strom bei Wien der produziert EMC aus dem Nichts wir brauchen nicht mal Sonnenlicht der steht bei uns in der Wohnung ja aber der, der MK1 ist relativ langsam warte MK1 macht 4 EMC pro Sekunde ist einiges und MK2 macht dann schon 12 EMC die Sekunde dafür brauchst du aber ein MK1 ein Dark Matter Dark Matter ist ja scheiße ja hey, für den braucht man doch nur ja, ein Anti-Meta-Relay MK1 der macht 64 EMC pro Sekunde dann ich baue den eben warte der ist ja viel besser anti... äh, glaubst du das ist so einfach? ja, guck doch mal Anti-Meta-Relay? finde ich nicht und dann meinst du Dark-Meta-Relay Anti-Meta-Relay MK1 äh, Quatsch ich geb mal Relay ein gib einfach mk1 ein ach, Anti-Meta-Meta ich hab das zusammengeschrieben ja bringt der was? der macht richtig was aber glaubst du denn der macht das einfach so aus dem Nichts? ja ja hoffe ich ja weil, weil, weil das ist ganz schön heftig dafür 64 EMC pro Sekunde ist mega ja ich glaube der braucht irgendwas als Treibstoff soll ich denn trotzdem vielleicht irre ich mich ja du kannst ja gerne bauen aber ich glaube der wird nicht viel bringen vielleicht irre ich mich ja ich kenn ihn auch nicht ich auch nicht also von daher damals in Ticket Classic habe ich damit leider nicht so viel gemacht so, ein paar Sticks kannst du was raus? das geht relativ flott, ne? ähm, warte mal willst du so bisschen Glas raus nehmen jetzt ist Glas drin ähm keine Ahnung ich überlege gerade Ardait und also Manölium sollte ich ja lieber nicht machen das ist ja mehr für für das Leck gerade wieder also ich kann nichts öffnen ja du stehst da einfach nur und läufst also bei mir bei mir stehst du auch einfach nur jetzt gehts wieder jetzt gehts wieder jetzt wieder nicht mann ich wollte gerade auf die Curve denn jetzt gehts wieder schnell bauen schnell bauen hab ihn mal gucken wo soll ich denn hinsetzen Alter das leckt ja nur ich hab ihn abgebaut und ich hab ihn auch wieder eingesammelt ich baue einfach nochmal ein auf Sonnenlicht scheiße wir brauchen mehr Kobalt echt? und zwar alter noch vier Kobalt Erz muss ich finden ja ja ähm wo soll ich die denn hier hin tun ich glaub ich hab den Energy Collector gebaut aber ich hab keinen Erfolg bekommen lol hast du vielleicht die vorherigen Sachen nicht oder so kann sein weil das ein ein Baum ist wieder so ich muss leider doch nochmal ein Nether ok ich brauch noch kannst du mir vielleicht helfen ich seh das nicht so gut farben mäßig wir brauchen ja nur vier ja ja ey Multi weißt du wie man Items aus einer Truhe in den Redstone Firmes leitet ähm also mit Cobblestone Transport Pipes geht das schon mal nicht äh wenn du es mit Transport Pipes machen willst müsstest du erst Wooden Pipe und und ne Redstone Engine oder so die heißt ja jetzt anders ne doch Redstone Engine Robben wenn ich nicht mit Rotfühle dann nimm ich die Barrette einfach nur ne ne Wooden Pipe dazwischen und äh ne ne Engine oder halt du nimmst nen Trichter sind die jetzt ne Alkohol auch nicht? ja Robben ja Robben ja Robben ja Robben ja Robben Aua Hilfe ich sterbe ne ich räche dich alter dann wird wieder allgemeine Levelputsch soll ich schon mal irgendwie dein Grab um wieso 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 warte denn Agro auf dich überhaupt? oder hast du den angegriffen? ich hab gar nichts gemacht komm wieder rein dass ich jetzt safe bin lol was ist denn das? Aua ich hab die Lava zugebaut und sie fließt trotzdem zum Portal weißt du ich baue die extra zu damit du dich hier ganz einfacher bedienen kannst an deinem Grab ja danke und die fließt zum Portal danke das war ja nicht mit Absicht ja vielleicht ein bisschen was rennen die denn überhaupt so schnell? im Speedboot glaube ich auch langsam Junge die sind jetzt eh alle Agro auf mich du musstest mir mal helfen irgendwie ja warte ich muss erstmal mein Invetar wieder sortieren wieso müssen denn immer zwei kommen auf einmal? wie könnt ihr die wegschießen mit der Barrette? kann ich auch ich habe auch ne Waffe aber ich will die nicht vergeuden Jetzt machst du die wieder einfach auf dich Wen denn? Ich seh da keinen Und die seh'n dich Mein Schwert ist top Ist das vielleicht noch? Ne, das ist Mistriff Ah! Und da kommt ein Kleider Boah, Alter Ja Ich muss jetzt erstmal regenerieren Ähm, da ist irgend so'n Geistchen Ähm, lass ihn da sein Das stört mich weniger Hilf mir lieber einfach mal ganz schnell vier Kobalt zu finden Damit wir hier vorankommen Ähm, da oben ist welches Da oben Na, super Hast du Blöcke? Ich hätte welche Soll ich mich da echt hochbauen? Und dann ist er der Gast und schießt mich runter Dann schieß ich den weg Ja, ich will den Geist wegschießen Okay Oh, da ist er Aber du hast doch die Rüstung Mann, hast du ein Glück? Ja, ich hab die Rüstung an Die gibt mir no Achso Ich den Geist nochmal sehe Ich könnte ja das auch mit der Barrette wegschießen Dann ist es weg Glaube ich nicht Ich könnte jetzt drei Pigments noch einmal wegschießen Kannst du es auch lassen Theoretisch Theoretisch Also nur so'n Vorschlag Jetzt mach ich wieder die Zombie Pigments auf mich Aggro Oh nein, jetzt explodiert das hier Nein Ich bin durch dieses Rützendings da gefallen Ich glaub das nicht Wie oft bin ich den Weißt du, in Infinity genauso Ich sterb erst mal tausendmal am Anfang Ja Dafür vielleicht ne Weißt du, da wurde ich von diesen Witterkatzen Vergewaltigt Von Hexen getötet In Löcher gefallen In Lava gebrutzelt Und jetzt Nein Wirklich Wirklich Kannst du die mal auf dich aggro machen Ich wollte jetzt grad eigentlich denken Ach hier oben ist auch Kobalt Wo ist der Geist dann kaputt gegangen? Okay, ich kann die wegschießen, warte Aber bitte nicht mein Grab Ach so, oh Oh Robin Du hast mein Grab kaputt gemacht Nein, hab ich noch nicht Ach so So will ich doch nicht Die sind jetzt aggro Die sind aggro auf mich auch Oh, ich hab kein Magazin Nimm mal wieder einen Ich lad nach Sind die immer noch aggro auf mich? Nee, also auf mich nicht Aber auf dich Auf dich sind die aggro Du lebst ganz schön gefährlich Ich such weiter Kobalt Ich hab jetzt drei auf einmal weggehauen Alter, wie viel XP hier einfach Du hast Dinger freigesetzt Da oben ist auch Ich werd jetzt verfolgt von den Hellfisches So, ich seh die gar nicht Ich brenne Seh die gar nicht Die sind bei mir Ey, Winnie, weißt du, wie das Programm von der Turtle nochmal heißt? Wie die sich Ja So einen bestimmten Radius nach unten baut Ja, ich glaube, dass ich das weiß Excavate Tanne? Excavate ist für ein Loch Also excavate und dann zahlen Dann kannst du so eine Query-Loch machen halt Ja, genau, das meinte ich Ach, das Ding Bist du, ja Und wie bist du denn? Bei einem Kobaltvorkommen Jetzt hab ich drei Kobalt Ich brauch aber vier Kobalt Also hier, wo ich bin, ist auch noch welches Aber auch ordentlich Ich komme Ich hoffe bitte hier unten Und nicht irgendwo da oben Hier, wo ich bin Hey, Fisch Ah, den seh ich jetzt auch Ach, den seh ich da nicht Ich würdte da einfach draufschießen Aber, seh doch nicht Du müsstest nicht nach oben bauen, ne? Na gut, dann mach ich das Wo komm ich denn am besten nach oben ohne Probleme? Hier, wo ich jetzt stehe Hast du gerade ein Erz abgebaut? Nein Will ich auch niemals tun Amulti ist ein Junkloader erlaubt Ja, aber in Maßen, bitte Mithril ist hier Wo ist denn hier Kobalt? Ja, hier, weiter Hier Jöi, Alter, da ist ja noch mehr, oder? Oder sieht das nur so aus? Was ist das hier? Mithril Und hier hinten hab ich noch irgendwo was gesehen Oh nein, oh nein Komm, 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 komm Ich hab's abgebaut, aber trotzdem Aha Der da oben ist Ne, da ist Lapis Und da ist Saphir Und da oben Was ist hier oben? Ich glaube Direkt über mir Lapis ist das Okay Das kenne ich mittlerweile auswendig Hier ist noch mehr Lapis Hier oben ist Saphir, wenn du möchtest Saphir brauche ich nicht Es sei denn, man kann das für XP verdaddeln Ne, aber das ist sehr wertvoll Oh, bitte lass dich jetzt abbauen Bitte lass dich jetzt abbauen So, also ich hatte genug Kobalt jetzt Ja, trotzdem können wir noch ein bisschen farben hier Also es reicht für einen Hammer Ja, für einen Für den nächsten müssten wir Vier Acht Zwölf nochmal Dazu jetzt Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal